Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8029 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Viele Studien zeigen, dass eine kurze Pause nach etwa einer Stunde Arbeit besonders wohltuend ist. Viele Studien zeigen, dass eine kurze Pause nach etwa einer Stunde Arbeit besonders wohltuend ist. Zuerst schneide ich die Spitzen ab und dann entscheiden wir gemeinsam, ob der Farbton gleich bleiben soll. Zuerst schneide ich die Spitzen ab und dann entscheiden wir gemeinsam, ob der Farbton gleich bleiben soll. In unserem Unternehmen bin ich für die Buchhaltung und die Kommunikation mit dem Finanzamt zuständig. In unserem Unternehmen bin ich für die Buchhaltung und die Kommunikation mit dem Finanzamt zuständig. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Das Xylophon ist in vielen Kulturen ein beliebtes Musikinstrument. Schmiede sind auch heute noch in vielen Bereichen tätig, unter anderem als Kunstschmiede und Hufschmiede. Peter ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und man sieht es ihm auch an. Und gib uns bitte ein Like. Das ist, dass man jetzt in vielen Lass und deine Kunden eingangs participar. Untertitelung des ZDF, 2020